Also jetzt habe ich mir gerade den Film angeschaut, der über uns gedreht worden ist. Und ich muss sagen, das ist so viel besser geworden, als ich gedacht habe, dass der Film wird. Und viel besser, als ich mich gefühlt habe, als ich tatsächlich gefilmt worden bin. Ich bin ganz begeistert. Das ist unglaublich, dass so etwas gibt. Oder? Wir haben das doch richtig toll gemacht. Du hast das hervorragend gemacht. Mir bin ich nicht so ganz zufrieden daran. Und dann auch, was man da alles sehen kann. Also dass man das 360 Grad sehen kann. Und man sich umdrehen kann. Unglaublich, das ist eine Möglichkeit. Alles. Toll ist das. Richtig, richtig toll. Es ist mir ein bisschen schwindlig geworden, als ich mich so gedreht habe, weil man das gar nicht gewohnt ist, vom Film oder Fernsehen. Aber das ist eine ganz neue Dimension des Fernsehens. Aber dass wir so ganz kleine schauspielerische Fähigkeiten haben, habe ich gar nicht gewusst, wie man es noch verbessern könnte. Wir haben große schauspielerische Fähigkeiten. Untertitelung. BR 2018